heute habe ich den puma eingeflogen den puma von schweißgut nur flügler cool am puma ist stecken einfach zusammen jetzt super schnell und jetzt kommt noch dazu dass ich heute morgen noch gar keine einstellwerte für die ruder hatte ich weiß gar nicht wie hoch der ausschlag sein sollte ich stehe hier kurz vor mais habe den puma in der hand so will schmeißen ich ziehe voll am höhenruder geht hoch geil ist ein herzklopfer aber wie ich dann sehe der steigt weg er ist in seinem element alles okay alles gut gar kein ding ja 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 ja